Ich lese Wünsche ab von Lippen und das ist alles für sie da Wenn ich nach dem Video krank bin, dann bin ich halt krank, mach weiter Tatsächlich ist es wieder soweit, 24 Tim hat ein neues Musikvideo hochgeladen Wir sind wieder zurück und wir reagieren heute auf 24 Tim, gönn dir, bist du gespannt? Mein Kopf, boah, bist du gestrickt, Digga So, ich bin ein bisschen auf Gas zu kommen, weil ich mein Baby heute wieder sehe Ich würde sagen, reinige Masse, 24 Tim in der zweiten Klasse So, bevor es anfängt, da ist schon mal ein Gönn Ja, das stimmt 1,89 Millionen Euro für den Zweig Sagen, Model, ohne Hashtags Ohne Hashtags, plus einzelnen Trends Dislikes sieht man nicht, aber die sind bestimmt auch nicht so wichtig Was? Ich finde Dislikes gar nicht schlimm, Baby, ich liebe dich scheiß auf den Drei, gib mir Geld, deswegen bin ich nur hier, sonst wäre ich bei dir Aber du onboardst mir nicht Direktet von Ivan Wer ist Ivan? Der, von der vierten Klasse Ah, okay Produced von Diana Khamani Äh, Louis Bravo, in der 11. Klasse Ah, okay, warte, ich bin gespannt Oh mein Gott, ich halte diese Timmy-Puppe schon immer mal her So schön, ja Was meinst du mit einer Puppe? Du bist doch ein Junge Er sieht doch fresh aus Achso, ich dachte, du meintest den Kassila Nein, ich meine den Jungen Ich bin, egal Kennst du das, wie du von den beiden wie die Hohlecken Ja, ich bin hier oft reingezogen Ah, ja Ah, ja Ah Oh, was ist das? Einfach Mr. Krabs ohne Schale Allah hat doch nicht den Guck dir das doch mal an, was ist das für ein Übergang gewesen? Geil Digga, was ist das? Einfach Kajo, wenn er mal nicht fünf Jahre alt ist Der hat einfach die gleichen Haare Ah Was? Nobeland? Alles gut Warum ist das alles nass da unten? Wir machen weiter Was ist das, Bruder? 24 Oder ist das aus dem Mr. Krabs? Nein, Mr. Krabs ist rot War schon immer 24 Tim, Mann, wer ist Barbie? Ich bisch mich auf, mach Storys in Rose Boah, der Übergang war geil dabei, ja Guck mal, wie du auf einmal Haare bekommst 24 Tim ist doch geil Ich bin nachdem, nein Ich bin nachdem, 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 ich Das sieht irgendwie sehr komisch aus, Digga, ja? Was ist los mit dir, Digga? Mach mal aus. Okay, warte. Es wär vorbei, aber du findst mich heimlich geil. Gönn dir mein Arsch. Gönn dir mein Arsch! Gönn dir mein Arsch! Gönn dir mein Arsch! Gönn dir mein Arsch! Ich muss mich gleich viermal waschen. Ich geh auf deinen Arsch! Von wem machst du das? Dich ist auf meinen Arsch! Gönn dir mein Arsch! Gönn dir mein Arsch! Ich dachte, nach Bling Bling kann es nicht schlimmer werden. Ja, wird doch besser jetzt. Nein! Endlich hab ich seinen Gött gesehen. Das gefällt mir so. Nein, gefällt mir nicht. Ja, aber wenn du meinen Absicht gefällt... Das ist doch was ganz anderes jetzt, Digga. Du kannst A und B nicht vergleichen. Oh, Baby, mach weiter. Ich will dich ganz. Also gönn dir mehr ein A, A, A. Und der Booty mal bam bam bam. Gönn dir mehr ein A, A, A. Ich hab's gewusst von Anfang an. Ist nicht dein Business. So ein schöner Mann. Ich weiß gar nicht, was hier gerade alles passiert, Digga. Ich weiß doch gar nicht, ob das überhaupt noch menschlich ist, was wir gerade machen. Mir geht's gerade echt nicht gut. Ich kann das alles nicht mehr. Das ist ja so ein Schreis. Ich kann das alles nicht mehr! Oh! Sein Ohr, Junge! Was ist das, Digga, ja? Es ist aus wie ein Blaubeerkuchen. Cheesecake, Alter. Da würde ich gern mal reinbeißen. Wenn ich will, klau ich dir trotzdem deine Bitches. Ich hab keine. Was will er machen, wenn er mir meine Bitches klaut? Habst du auch keine? Ja, das ist scheiße. Wigs und Make-up, High Heels voll mit Glitzer. Stell dir mal vor, du hättest früher Barbie gekauft, und es wird genau so aussehen. Ich weiß mal, wie gönn wir dich in seiner... Sei fiesig! Ich will aber gönn und sei fiesig, weiß ich. Die Szene sieht aber cool aus. Weißt du, woran er mich erinnert? King Arthur. Wer ist King Arthur? Wer ist King Arthur? King Arthur? King Arthur? King Arthur ist der. Oh, du, mein Cousin aus dem Dorf. Ich hab doch King Arthur. Was ist mein Suchverlauf schon wiederher? Ich war vorher... Das war nur meine Füße. Zipur gekaufte Spiele. Kindergeld verzockt. 24 Tim-Füße. Haartransplantation. Fett absaugen. Warum würdest du dir Fett absaugen? Das hab ich für dich... Ja. Du hast das letzte Mal gefragt. Ich hab mal 24 Tims Füßen gefragt. Nicht Fett absaugen. Das wurde vorgeschlagen. Ah, Kitty Cat. Was ist das? Die eine, die bei Schirin-Leb war dabei. Was ist Schirin-Leb? Die macht seit 100 Jahren Musik. Oder Jesus hat mit der frühen Musik gehört. Wie? Ja, ja. Kommst mich los mit einem Swipe. Doch du findest mich heimlich. Gönn dir... Gönn dir mein. BAH! Was denn! Hau auf! Ich hab auch meine Vorlieben. Mach weiter. Du kannst doch nicht ein Kleid sein. Doch! Wenns Sven vor Tim anhat, dann ja. Mein Beileid. Also guck mal, ich sag dir ehrlich... Der Schätan stöhnt grad auch im Hintergrund. Was ist das? Und er meint, oh, geil. Das sieht's wie ein Arsch. Oh, ich bin so dick. Oh, Jume, der ist schon klackig, ja. Warum bricht das mit dir eigentlich? Keinen Arm, du weißt, dass ich ein bisschen Crush auf den hab. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit war's das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wollt, dass wir weiter auf 24 Tim seine Fußballer hergehen, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Kommentiert, warum ihr mir auch gönnen würdet. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn's wieder heißt, keine Ahnung, was wieder heißt. Hatte ich dann, geht's gerade nicht gut, mir geht's auch nicht gut. Gib mir dein... Ah, ah, ah! Ich weiß. Oh, Jan. Oh, Jan. Ich weiß, was du hast gestiegen. Der will uns treffen. Ich glaube, er will uns nicht treffen. Tschüss. 20V Tim, guck mal. Ich hab viele TikToks gedreht über dich. Du hast mir immer noch nicht geschrieben. Bitte melde dich bei mir. Der ist... Ah, ah, ah! Ah! Oh, der war richtig. Ah, ich weiß. Was war, was? Äh! Ah, ich will wirklich. OC361, Video zu Ende. Abonnier jetzt sonst... Die Bitches. Outro